hi ho und willkommen zurück meine lieben undertale freunde wir machen weiter das hauptmenü hat sich immer nicht verändert dass das wieder mal meine aus dem weg ist gut dann machen wir mal weiter in der bad opinions zone so das haben wir ja schon alles erledigt wir müssen in die andere richtung wobei ich doch erst mal zurückgehen will weil ich habe nachgelesen ich habe scheinbar doch ein easter egg übersehen was ich mit euch suchen will was ich selber noch nie gefunden habe und zwar müsste das da sein wo wir gegen die beiden machen gekämpft haben und die halt da war entwiedling double davis pyropeat up und crank up the thermostat hier hot hot oh ouch bomben bomben tun weh da noch mehr heat hot 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 hier so weg mit den beiden so genau hier sind die hot dogs und irgendwo so so mal hier runter können ah sonderplane hi approach you get close to sonderplane äh human ja so sonderplane oh noch nicht genug gesperrt ja you get close to sonderplane but not too close ja so und jetzt weg mit sonderplane oder war das hier unten ach da drüben ist so die frage wie kommt man da rüber kommen wir mal kurz nein so nicht ja du hast nur toasty buns okay scheinbar bin ich zu doof darüber zu kommen da runter zu kommen gucken wir einfach dass wir gehen bevor wir genau wieder angegriffen werden heat up hot hot ja nur bomben äh äh powerballs war heat ja dann noch mehr bomben halt hot ja ah ouch weg mit euch beiden lasst mich bitte zum save point ui okay das war falsch das war richtig so hier haben wir die defamination unnötig zeit aber ein bisschen geld genommen so die beiden hatten wir ja besiegt und ich muss echt noch mal gucken wo das ob das oder war das ein troll kommentar den ich da im internet gelesen habe kann auch sein so hier war ja die sache mit dem bomben dann geht es hier weiter und wir sind immer schon eher beim kern dran also papyrus sozusagen der kohr you are getting close huh what no we just became friends you can't already be that close oh die machen sich schon sorg dass sie mich bald rostet what ring ähm i notice you've been kind of cried are you worried about meeting escur well don't worry okay the king is a really nice guy i'm sure you can talk to him and with your human soul you can pass through the barrier so no worrying okay just forget about it it's smile klick neuer Fahrstuhl hier ist es ruhig okay okay i've got it the L stands for the color lime really i hate limes what limes roots i eat them all all the time well one time i was giving myself this partweet man i put the lime slices in my eyes look on like on tv but it stings how do they do it does it gorgenscheiben oh my god those aren't limes those are cucumbers yeah genau gorgon ring ring i thought it was supposed to be rejuvenating but i was it wasn't working so i just sucked more limes into my eyes gross why did he even do that i just want to have handsome fish on an ice like metaton he doesn't even have ice yeah that's the point so please select a location ja uns bleibt nur left floor 3 jetzt weil als andere haben wir ja schon abgehörst und wir sind ganz oben ring ring maybe we need to think about think more abstractly maybe the L stands for love but isn't love supposed to be fairy red like a cartoony human heart but undine don't you turn people's hearts green you make it sound like i give people no seer also the schlimme krankheit well it would be an affectionate no seer okay yeah that's me it's decided S stands for a heart that undine has made no seers okay ja und hier hat sich auf die musik gehen dort ist es nie mehr die schlimme chormusik oder hotlands musik spider wechselt all proceeds to rear spiders oh wir haben hier it looks like some sort of powerful bracelet wait it's just a croissant ja das hier ist eine Anspielung auf legend of zelda also links awakening hauptsächlich da sieht nämlich das kraftarmband wie ein croissant aus und genauso sieht das ding hier jetzt eben aus wie das kraftarmband it's a spider donut it looks more rubbery than usual welcome to our parallel dearie interested in some spider pastries all proceeds go to real spiders i i ended up buying a donut i i i didn't want to but that girl even thought i told her no she kept starring me in this creepy way and leaking her lips now i'm out of cash ja der typ sieht irgendwie aus wie so eine komische art bienenkatze und sie sieht halt aus wie eine spinne und da ist es klar dass man angst vor ihr hat buy a spider donut für nein so viel geld habe ich nicht buy a spider cider for ja klar auf jeden fall you didn't have enough gold so ich schnapp mir mal jetzt hier ein item äh ne ich nicht hier sell die manche box a schnapp ich mir mal den spider donut ring hi alphys hier this room is like the room we saw before there are two puzzles to the north and south we have to solve them both to proceed also i'd like to say i don't really like giving away puzzle solutions but if you need help just call me okay actually wait i have an idea let's be friends on the internet wir sind doch schon lange freunde then you can just ping me when you need help hm wait we are already friends aren't we i signed you up didn't i you've been reading my post the whole time well i hope you agree with me about me too ja die anime ist wichtige gut das erinnert mich aber dran wir haben äh ups wir haben hier anderen Papyrus nicht angerufen weng weng it might sound weird that spiders need donations but think about it they have eight feet that's four pairs of shoes a spider wearing four pairs of pink duties meditate on this image ja ähm ja toll Papyrus was hast du jetzt sozusagen a wall room covered in vents oh no hey did i ever tell you about my puzzle idea it's a maze full of steam vents but the steam vents are on convoyer belts and oh my god i hate this ja davon hat sie schon mal glaub ich geredet von den convoyer belts weng weng it's best if you don't encourage ja gut gehen wir erstmal nach falsche richtung oben wollte ich sagen so kommen wir nach oben hier ist niemand aber hier wie immer shoot the opposing ship you have just one shot ja das ist jetzt ein bisschen schwieriger weil wir nur genau einen schuss haben so viel dazu dass es schwieriger ist congratulations jo und hier sind zwei neue leute weng weng there is no response und hier drin will wahrscheinlich auch keine sein ne was habt ihr denn zu sagen ihr seht aus wie so eine art mario und ruigi verschnitt ja das kann ich mir schon vorstellen wie Metatron ein hamburger ist ja das kann ich mir schon vorstellen wie Metatron ein hamburger ist mein fave Metatron moment trademark is when he beats up the heel turning Williams even if it's doing what's supposed to be a quiz show oh and i like when he tries on all of this all kinds of different fashionable outfits even if it's doing what's supposed to be a newscast ja Metatron eben Metatron is Metatron wieder der falsche weg wieder der falsche weg hier unten geht es lang ohje das wird jetzt lustig jetzt weiter zum Glück sehe ich da oben immer wie sich die Leser bewegen weng hey this doesn't have anything to do with guiding you but hey would you want to watch a human tv show together sometime it's called mu mu kiss cutie warum nicht Alphys really it's so good it's my favorite show ja das haben wir alles schon verstanden it's all about the human garbage humans don't have to be so evisitive but like bla 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 ja jetzt geht's it for love eh oops spoilers also this housewife but she has to control the minds of anyone she kisses she kisses people ja they don't remember anything after the kiss but if she kisses them bla then uh also i mean of course eventually she realized that the twin people okay well i almost went to the whole show but uh i think you really like it und ja ich drücke nicht weiter das macht sie alles automatisch you should watch it after you get through all this und ein papyrus kommt hier mit lasers on controllers are you serious hey this reminds me of a puzzle idea oh my god no why i thought you hated making up puzzles yeah but i love driving you crazy you drive me crazy please stop encouraging her gut so wieder ein schuss also alles aus dem weg räumen so genau das war einfacher so jetzt gehen wir langsam auf diesen belt zurück und gucken uns den kaktus an stop to smell the flowers an dem kaktus ja gut das heißt wir können jetzt weiter gehen tor öffne dich sehr schön das signal ist clock mit cop webs ja sehr schön also unser signal ist von spinnweben unterbrochen hier drin wahrscheinlich auch oder ja ist clocked with cop webs hahaha haha did you hear what they just said they said a human wearing a strapped shirt will come too i heard that they hate spiders i heard that they love to stamp on them spinnweben i heard that they like to tear their legs off i heard that they are awful stingy with their money ja sie ist angepasst weil wir nichts bei ihrem backverkauf gekauft haben hahaha you think your taste is too refined for our pastries don't you dearie hahaha i disagree with that notion i think your taste is exactly what this next batch needs Muffet traps you ja neue musik Muffet ich kann jetzt sehen G geben check Muffet attack 38.8 defense 80 pointe if she invites you to her pearler excuse yourself don't look so blue my dearie wow ja neue boss mechanic we sind pink i think purple is a better look on you uh huh 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 ja up next you are trapped in a strange purple web ja und jetzt dürfen wir gegnern ausweichen und die kleine spiel zeigt uns immer an was als nächstes kommt act Muffet struggle you struggle to escape the web Muffet covers her mouth and jiggles at you why so pay you should be proud genau jetzt müssen wir immer gucken dass wir auf den roten linien sage ich fast schon mal ausweichen muffet gimme mal 10g you pay 10g Muffet reduces her attack for this turn found that you are going to make a delicious cake okay ich versuche mal den boss fight einfach ganz normal zu schaffen Muffet does a synchronized dance with the other spiders mercy let you go don't be silly Muffet does a synchronized dance with the other spiders spare your soul is going to make every spider very happy hm ja wow jetzt wirft sie uns auch noch mit donuts also so als nächstes kommen ein törtchen dazu Muffet das ist synchronized dance ja how good of me I must forget to do this to my pet it's my first time isn't it have fun you too ja jetzt wirds bald schlimm genau das fieder nämlich will was von uns abhaben wow wir müssen ihm entkommen weil ich glaub das war instant death wenn uns das viel berührt oh das spiders clapped belong to the music ja the person for what was about you wow oh 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 das spiders clapped belong to the music spare over there is a lot of money for your soul uh oh uh das spiders clapped belong to the music spare they had someone sweet they had such a sweet smile and a uh oh oh fucker ah jetzt kommen coursaans Alten Gib mir mal die Nice Cream Love yourself, I love you H.P. Maxx It's strange, but I swore I saw them in the shadows Changing shape Äh, hoch Ja, Boomerang Croissants Da müssen wir aufpassen Wobei das jetzt einigermaßen ging Es kommen wieder Cremetörtchen Äh, das wollte ich nicht Mercy Oh, it's lunchtime, isn't it, and I forgot to feed my pet Ja Jetzt kommt das, äh, Törtchen wieder Also das Pet ist das Törtchen Wow, das geht noch einigermaßen So, Muffet tides up the web around you Tides up Sie räumt das netzer With that money, the spider can still be reunited Ohoho, jetzt wird's aber schnell hier Oh, the spiders can belong to the music Okay, Double Donuts Ja, den bin ich begegnet Den hab ich fast abgekauft Sei netter zu mir Muffet tides up, ja Ja Okay, jetzt kommen wieder Donuts Even if they go under the doors No one's water code is passable alone Ja Ja Den Don, äh, den Crosse ausreichend geht eigentlich Oh, jetzt wird's wieder schlimm Um, but with the money from your soul We'll be able to rent them a heated limo Oh Das war knapp Oh, das wird jetzt lustig Jetzt kommt nämlich alles Everywhere of the leftovers you could have a nice vacation Oh, even if they go under the spider baseball field Au Huhuhu Smells like crashy baked cobwebs Okay, wieder das Törtchen But enough today, it's time for dinner, isn't it? Ahu Ja, ah, das ist jetzt eng Ja, das ist hier eigentlich fast schon Rhythmus Waaah Muss ich gucken, dass ich mich nicht mehr treffen lasse Wow, das war jetzt eng, aber es hat geklappt You are still alive? Ahu Oh, my pet looks like it's time for dessert Huh? A telegram for the spiders in the ruins? What they are saying? They saw you and You were really passionate about spiders? Oh, my this has all been a big misunderstanding I thought you were someone that hates spiders The person who asked for that soul? They must have been a different human in a striped shirt Sorry for all the trouble, Ahu I'll make it up to you You can come back here anytime For no charge at all I will wrap you up and let you play with my pet again Just kidding I spare you now Marvin is sparing you Ja, spare That was fun See you again, dearie So, jetzt sind wir nicht mehr in dem Schlick But we can also find out Did you want to make, You can do something Through our understanding I will be able to make, You can do something Yeah, we can do something I can do something